Homeoffice auf Russisch Homeoffice und Fernarbeit sind in Russland ein häufiges Gesprächsthema, weil immer mehr Menschen von zu Hause arbeiten. Homeoffice bzw. Fernarbeit nennt man auf Russisch Udalonka. Das Wort ist zwar umgangssprachlich, wird aber auch in der Presse oft gebraucht. In diesem Video lernen wir, das Wort Udalonka richtig zu gebrauchen. Homeoffice, Fernarbeit, Telearbeit und alle anderen Arbeitsformen, bei denen Mitarbeiter nicht im Firmengebäude arbeiten, bezeichnet man im Russischen in der Umgangssprache als Udalonka. Udalonka ist eine Abkürzung für Udalonная работа, wörtlich Entfernte Arbeit oder Fernarbeit. Bei mehr silbigen Wörtern sind betonte Vokale rot markiert. Homeoffice hat Vor- und Nachteile. Udalonka ist Plusse und Minusse. Wörtlich, bei Fernarbeit gibt es Plus und Minus. An das Homeoffice muss man sich gewöhnen. Im Homeoffice sein, Telearbeit, Fernarbeit machen. Das heißt auf Russisch быть на удalonке, wörtlich sein auf Fernarbeit. Im Präsens wird das Verb sein, быть, im Russischen nicht gebraucht. Es bleibt also nur на удalonке. Ich bin im Homeoffice. Ja, на удalonке. Bist du im Homeoffice? Ty na udalionke? Wir sind im Homeoffice. My na udalionke. Sie sind nicht im Homeoffice. Anni ni na udalionke. Natürlich, kommandisezze um weitere Wörter ägänzen. Hier ein paar Beispiele. Er ist schon lange im Homeoffice. Er ist schon lange im Homeoffice. Sie ist zunächst im Homeoffice. Sie sind teilweise im Homeoffice. Anni частично na udalionke. Viele sind jetzt im Homeoffice. Mnogie sind jetzt im Homeoffice. Bei uns ist das ganze Büro im Homeoffice. У нас весь Office na udalionke. Seid ihr immer noch im Homeoffice? Вы все еще na udalionke? In der Vergangenheit und Zukunft muss man im Russischen das Verb sein in der richtigen Form gebrauchen. Das ganze Büro war im Homeoffice. Ves Office был na udalionke. Das ganze Team war im Homeoffice. Vся команда была на udalionke. Wir waren bereits im Homeoffice. Мы уже были на udalionke. Das waren die Sätze in der Vergangenheit. Wenn du lernen möchtest, auf Russisch über die Vergangenheit zu sprechen, kannst du unsere Podcast-Lektion 33 anhören. Den Link dazu gibt es in der Infokarte rechts oben. Ich werde im Homeoffice sein. Ich werde im Homeoffice sein. Я буду na udalionke. Wirst du im Büro oder im Homeoffice sein? Ты будешь в офисе или na udalionke? Wie lange werdet ihr im Homeoffice sein? Wie lange werdet ihr im Homeoffice sein? Wir werden im Homeoffice sein. Wir werden im Homeoffice sein. Мы будем na udalionke. Alle Mitarbeiter werden im Homeoffice sein. Все сотрудники будут na udalionke. Das waren die Sätze in der Zukunft. In der Podcast-Lektion 57 lernen wir auf Russisch über die Zukunft zu sprechen. Den Link dazu gibt es in der Infokarte rechts oben. Auf Homeoffice Fernarbeit umstellen. Wenn eine Firma auf Homeoffice bzw. Fernarbeit umstellt, wird im Russischen meistens das Verbpaar переводить, перевести mit der Form na udalionke gebraucht. In dem Fall bedeutet переводить, перевести umstellen. Wir werden auf Homeoffice umstellen. Нас переводят на udalionke. Sie wurden auf Homeoffice umgestellt. Ich перевели на udalionke. Mich werden sie vorerst nicht auf Homeoffice umstellen. Меня пока на udalionke переводить не будут. Wir haben angefangen, die Mitarbeiter auf Homeoffice umzustellen. Wir haben angefangen, die Mitarbeiter auf Homeoffice umzustellen. Alle kann man nicht auf Homeoffice umstellen. Всех на удalionку перевести нельзя. Der russische Ausdruck работать по удalionке ist eigentlich doppelt gemoppelt, weil er wörtlich arbeiten über oder auf Fernarbeit bedeutet. Er wird aber trotzdem relativ häufig gebraucht. Wahrscheinlich, weil udalionke vom Adjektiv udalionaya, also entfernt, fern abgeleitet wurde. Damit ist zwar Arbeit gemeint, das russische Wort für Arbeit, работa, steckt aber nicht in der Abkürzung. Der Ausdruck работать по удalionке heißt sinngemäß so etwas wie im Homeoffice oder per Fernzugriff arbeiten. Ich beneide die, die im Homeoffice arbeiten können. Я завидую тем, кто может работать по удalionке. Er ist Fahrer und kann nicht im Homeoffice arbeiten. Он водитель и работать по удalionке не может. Und hier noch ein kleiner Hinweis zur Schreibweise von удalionka. Meistens wird das Wort nicht mit jo, sondern mit je, also ohne die zwei Punkte geschrieben. Das ist kein Fehler. Laut den Regeln müssen die zwei Punkte nur in Texten für Russisch Lernende und in Schulbüchern gesetzt werden. Das gilt nicht nur für удalionka, sondern für die meisten anderen russischen Wörter mit jo, außer ein paar Spezialfälle. Und bist du gerade im Homeoffice? А ты сейчас на удалionке? Schreib uns in den Kommentaren, wie es dir dabei geht, beziehungsweise welche russische Wörter und Ausdrücke du zu diesem Thema vielleicht noch gerne wissen würdest. Und wenn das Video dir gefallen hat, lass uns doch ein Like da. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. До скорого! Пока!